Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Besprechung der Examsübungsklausur Zivilrecht vom 22. September. Zunächst einmal darf ich Ihnen das Ergebnis, den Notenspiegel der Klausur vorstellen. Es haben nicht so viele mitgeschrieben, was damit zusammenhing, dass an dem gleichen Tag noch das Probeexamen lief. Deswegen dieses Mal nur 24 Arbeiten. Und Sie sehen hier die Notenverteilung. Es sind doch einige Arbeiten im Prädikatsbereich, so ungefähr 30 Prozent. Dann noch einige im Mittelfeld und die Durchfallquote ungefähr 30 Prozent. Das heißt also, für eine Examensklausur gar nicht so schlecht ausgefallen. Ja, der Sachverhalt der Klausur, ich darf das noch einmal ganz knapp zusammenfassen. Es geht hier um einen Sattelzug, der von S. einem Spediteur geleast worden ist und zwar von der LGMBH. Das heißt also, die LGMBH ist zivilrechtlich Eigentümerin und der S. ist Besitzer, aber eben auch Leasingnehmer. Deswegen also ein aus dem Leasingvertrag folgendes Recht zum Besitz. Der Fahrzeugschein befindet sich im Besitz des S. Inzwischen sagt man Zulassungsbescheinigung Teil 1. Das ist das Dokument, das die Zulassung des betreffenden Fahrzeugs zum Verkehr im öffentlichen Verkehrsraum bescheinigt. Und dieses Dokument muss vom Fahrer immer mitgeführt werden im Fahrzeug. Und auf der anderen Seite gibt es noch den Fahrzeugbrief, die Zulassungsbescheinigung Teil 2. Die dokumentiert, wer Halter des Fahrzeugs ist. Das heißt, wer das in seiner tatsächlichen Verfügungsgewalt hat, das kann der Eigentümer sein, muss aber nicht der Eigentümer sein. In unserem Fall ist es als Leasingnehmer eingetragen, aber der Fahrzeugbrief befindet sich im Besitz der Eigentümerin der L, der Leasinggesellschaft. Hier fällt das also gewissermaßen auseinander, der Besitz an dem Fahrzeugbrief und die Position als Halter. Und das hängt damit zusammen, dass die Zulassungsbescheinigung Teil 2, also der Fahrzeugbrief, im Rechtsverkehr auch als Beleg für das Eigentum an einem Fahrzeug angesehen wird. Und deswegen ist es also gerade nicht erforderlich, sondern im Gegenteil ist es dringend davon abzuraten, den Fahrzeugbrief ebenfalls im Fahrzeug mitzuführen. Denn wer im Besitz des Fahrzeugbriefes ist, der gilt nach der Verkehrsanschauung als legitimiert über das Fahrzeug zu verfügen. Und darauf kann unter Umständen auch der gute Glaube beim Erwerb vom Nichtberechtigten, Paragraf 932, gestützt werden. Und deswegen ständige Rechtsprechung gilt, dass wenn man ein Fahrzeug ohne Vorlage der Zulassungsbescheinigung Teil 2, also des Fahrzeugbriefes, veräußert als Nichtberechtigter, dann fehlt es in der Regel am guten Glauben des Erwerbers. Denn der Erwerber, dem muss das Anlass zu Nachforschung geben, wenn der Veräußerer sich eben nicht durch den Fahrzeugbrief, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 ausweisen kann. Und dazu erteilt ihm auch die Ärzte, wie sie in Gesellschaft nach wie vor Eigentümerin ist. Auch die Erlaubnis überlässt zu diesem Zweck auch den Fahrzeugbrief. Der erstellt einen Inserat für dieses Fahrzeug in das Internet. Es meldet sich der unbekannte U, der sich als Zwischenhändler eines polnischen Unternehmens ausgibt und sich bereit erklärt, den Sattelzug zu erwerben, und zwar für 28.000 Euro. Der U besichtigt das Fahrzeug, nimmt dabei Fotos auf und meldet sich dann einige Zeit danach nochmal bei es und sagt, er habe jetzt einen Abnehmer. Daraufhin erteilt der SDM U eine Rechnung auf seinem Firmenpapier und schickt das per Telefax an ein Internetcafé in Hamburg. Das weiß allerdings der SDM nicht. Und der G erhält ungefähr zur gleichen Zeit ein Telefax ohne Absenderabgabe, in dem ihm genau dieser Sattelzug zum Kauf angeboten wird. Und nachdem der G dann die auf dem Telefax angegebenen Nummer angeht, erreicht er den U und die beiden kommen überein, dass es ein Besichtigungs-, zunächst einmal, dass ein Kaufpreis gezahlt werden soll von 13.500 Euro und dass eine Besichtigung des Fahrzeugs erfolgen soll. Darüber hinaus schickt U dem G eine Rechnung mit dem Namen des S, die er also dieser Rechnung, die er vorher von diesem erhalten hat, nachgebildet hat. Und in dieser Rechnung unterlaufen aber einige Tipp- und Schreibfehler. Unter anderem wird dort Gerichtsland statt Gerichtsstand angegeben und darüber hinaus noch weitere Schreibfehler. Ja, es wird dann ein Besichtigungstermin verarbeitet, und zwar im Betrieb des S. Und dort begibt sich der G dann auch hin. Und der S denkt nun, es handelte sich um den Abnehmer des U und überlässt zu diesem Zweck auch den Fahrzeugbrief, verlässt dann das betreffende Besprechungszimmer, um die Möglichkeit zur Besichtigung des Fahrzeugs zu geben. Und während der S eben abwesend ist, trifft der S ein und spielt sich dort gewissermaßen als Mitarbeiter des S auf und überreicht dann dem G auch den Fahrzeugbrief und den Fahrzeugschein und auch die Schlüssel. Der G fährt daraufhin mit dem Fahrzeug davon. Und als der S dann zurückkommt, bemerkt er, dass alles verschwunden ist, benachrichtigt die Polizei. Die kann später sowohl den Sattelzug als auch die Unterlagen sicherstellen. Der Sattelzug befindet sich bei S jetzt wieder und, Verzeihung, bei G. Und nun war die Aufgabe erstens zu überprüfen, der G verlangt von S die Zustimmung zur Herausgabe des beim Amtsgericht hinterlegten Fahrzeugscheins. Dort hat also die Strafverfolgungsbehörde den Fahrzeugschein hinterlegt. Und darüber hinaus sagt S zumindest muss der G ihm Schadenersatz leisten in Höhe der an den U gezahlten 13.500 Euro. Und umgekehrt verlangt der S von G die Zustimmung zur Herausgabe des wiederum beim Amtsgericht hinterlegten Fahrzeugscheins und auch auf Herausgabe des Sattelzugs und des Fahrzeugbriefs an ihn. Ja, das ist also der Sachverhalt. Und das ist ein Sachverhalt, den das Leben schrieb. Denn dieser Fall ist nachgebildet einem Fall des OLG Hamm. Die Fundstelle habe ich Ihnen ganz am Ende der Folien angegeben und auch in den Lösungshinweisen angegeben. Das ist also ein Originalfall des OLG Hamm. Und Sie hatten nun eben die Aufgabe, diese beiden Fragen zu beantworten. Zunächst einmal bei der Frage 1, Anspruch auf Zustimmung zur Herausgabe des Fahrzeugscheins. Da war es schon ein bisschen schwierig, die richtige Anspruchsgrundlage zu finden. Hier ging es nicht um § 985 BGB, denn hier wird ja gerade nicht die Herausgabe verlangt, sondern es wird die Zustimmung zur Herausgabe durch das Amtsgericht als Hinterlegungsstelle verlangt. Und da sagt die ständige Rechtsprechung des BGH, das muss man auch wissen, das ist also examensrelevant, die ständige Rechtsprechung des BGH sagt im Fall, dass eine Sache zum Beispiel nach § 372 BGB bei Annahmeverzug oder bei Ungewissheit über die Person des Gläubigers beim Amtsgericht hinterlegt wird, dann haben diejenigen Personen, die einen Anspruch auf die Herausgabe erheben, jeweils gegeneinander eine sogenannte Sperrposition, weil nämlich, wie wir gleich sehen werden, die Herausgabe nur mit Bewilligung, das heißt mit Zustimmung des jeweils anderen sogenannten Prätendenten, als solche bezeichnen wir Personen, die Ansprüche auf die hinterlegte Sache geltend machen, verlangt werden kann. Und diese Sperrposition, sagt der BGH in ständiger Rechtsprechung, ist ein etwas im Sinne des 812 und dementsprechend kann, wenn die weiteren Voraussetzungen des 812 erfüllt sind, die Herausgabe der Sperrposition und das bedeutet, die Zustimmung zur Herausgabe durch die Hinterlegungsstelle verlangt wird. Also auf diese Anspruchsgrundlage muss man erstmal kommen, das sollte man mal irgendwann im Laufe des Studiums gehört haben, damit man das also für solche Konstellationen weiß. Und diese Hinterlegungskonstellationen, die sind durchaus examensrelevant, das kann Ihnen also auch in einer richtigen Examensklausur begegnen. Zunächst einmal war hier also zu prüfen, hat der S etwas erlangt, also einen Vermögenswert erlangt und das könnte eben die schon besagte Sperrposition hier sein. Hier ist der Fahrzeugschein durch die Strafverfolgungswürde hinterlegt worden, und zwar offenbar deswegen, weil sie nicht so genau wusste, wer ist denn berechtigter bezüglich des Fahrzeugscheins. Deswegen ist die Strafverfolgungsbehörde hingegangen und hat diesen Fahrzeugschein beim Amtsgericht hinterlegt. Und das Amtsgericht ist nach 374 BGB in Verbindung mit den landesrechtlichen Vorschriften, die zuständige Hinterlegungsstelle. Sie finden Vorschriften über die Hinterlegung in den 372 folgenden BGB. Die Hinterlegungsgründe sind unter anderem Gläubigerverzug oder aber die Ungewissheit über die Person des Gläubigers. Und die Hinterlegungsstelle ergibt sich dann aber nicht allein aus den 372 folgenden. Dort ist nur die örtliche Zuständigkeit geregelt in 374 BGB, nämlich der Erfüllungsort ist da maßgeblich oder Leistungsort. Die sachliche Zuständigkeit, das heißt, welche Einrichtungen sind überhaupt Hinterlegungsstelle, das ist im Landesrecht geregelt und zwar in den Hinterlegungsgesetzen der Länder, die weitgehend identisch sind. Da gibt es aber eben keine Bundes. Es gab früher mal eine Bundeshinterlegungsordnung, die ist aber dann ersetzt worden durch die Landesgesetze, weil man zur Erkenntnis gekommen ist, dass das in Wahrheit Landeskompetenz ist. Das war also ein Gesetz, das aus der vorkonstitutionellen Zeit, also der Vorerlass des Grundgesetzes, noch fortgeführt worden ist. Und das hat man gewissermaßen irgendwann mal bereinigt, indem man an die Stelle der Hinterlegungsordnung des Bundes die einzelnen Landeshinterlegungsgesetze gesetzt. Diese Landeshinterlegungsgesetze für Schleswig-Holstein, natürlich Hinterlegungsgesetz Schleswig-Holstein, die sehen übereinstimmt vor, dass die Hinterlegungsstelle die Amtsgerichte sind, und zwar dann eben in Verbindung mit 374 die Amtsgerichte am Erfüllungsort. Das wäre dann also hier das Amtsgericht Kiel. Und dann heißt es weiter, wenn eine Sache hinterlegt worden ist bei der Hinterlegungsstelle, also dem Amtsgericht, dann bedarf die Herausgabe einer Verfügung der Hinterlegungsstelle, einer sogenannten Herausgabeanordnung. Und wann wird diese Herausgabeanordnung erteilt? Das regelt der Paragraf 22 des Hinterlegungsgesetzes Schleswig-Holstein. Sehr geht auf Antrag, wenn die Berechtigung der Empfängerin oder des Empfängers nachgewiesen ist. Und Absatz 3 sagt dann, der Nachweis ist namentlich als geführt anzusehen. Wenn die Beteiligten die Herausgabe an die Empfängerin, den Empfänger schriftlich und so weiter bewilligt, also mit Zustimmung der anderen Personen, und man bezeichnet diejenigen Personen, die beteiligt sind, die also Ansprüche auf die hinterlegte Sache geltend machen, als Prätendenten. Man braucht also die Zustimmung, die Bewilligung des Prätendenten oder Alternativ Nummer 2, dass ein Urteil mit Wirkung gegen die Beteiligten oder rechtskräftige Entscheidung mit Wirkung gegen die Beteiligten ergangen ist. Das ist bei uns hier nicht der Fall. Hier ist noch kein Urteil, dass der eine dem anderen die Herausgabe schuldet, ergangen. Das heißt, hier bedarf es der Bewilligung der anderen Seite. Und das bedeutet, jeder Prätendent kann die Herausgabe an den jeweils anderen Prätendenten durch Verweigerung der Zustimmung verhindern, hat insofern eine Sperrposition. Und der BGH sagt in ständiger Rechtsprechung, diese Sperrposition ist ein vermögenswertes Etwas im Sinne des Paragrafen 812. Und Herausgabe dieser Sperrposition bedeutet schlicht und einfach Erteilung der Zustimmung zur Herausgabe. Und diese Zustimmung wird durch ein entsprechendes Urteil ersetzt. Die Zustimmung ist ja eine Willenserklärung. Und § 894 ZPO sagt, durch ein Urteil, das die andere Partei zur Zustimmung verurteilt, wird die Zustimmung fingiert. Das heißt also, das rechtskräftige Urteil, das die andere Partei zur Zustimmung ersetzt, das verurteilt, das ersetzt die Zustimmung und kann dementsprechend der Hinterlegungsstelle dann vorgelegt werden. Das ist also die richtige Vorgehensweise. Wenn wir einen Hinterlegungsfall haben, mehrere Prätendenten und der eine Prätendent von dem anderen die Zustimmung, die Bewilligung, die Zustimmung zur Herausgabe verlangt, muss er ihn nach 812 verklagen. Und das auf Zustimmung verurteilte Urteil, das bildet, das ersetzt nach § 894 ZPO dann die Zustimmung. Und mit dieser Zustimmung, diesem Urteil kann also dann der klagende Prätendent zum Amtsgericht gehen und dann die Herausgabe verlangen. Genau das macht der G auch hier. Er verklagt also oder nimmt in Anspruch zunächst einmal den S auf Herausgabe der Sperrposition auf Zustimmung. Und insoweit hat also der S ein vermögenswertes Etwas erlangt in Gestalt der Sperrposition. Die weitere Frage ist aber, ist das durch Leistung oder aber in sonstiger Weise geschehen? Hier in unserem Fall haben wir kein Leistungsverhältnis zwischen G und S, denn der S hat ja diese Sperrposition nicht durch eine bewusste und zweckgerichtete Maßnahme des G erlangt, sondern Kraftgesetzes. Weil das Gesetz eben sagt, wenn eine Sache hinterlegt worden ist, dann besteht diese Sperrposition. Das heißt, wir haben es hier mit einer Eingriffskonjektion, einem Erwerb in sonstiger Weise zu tun, nicht durch Leistung und dementsprechend also keine Leistung, sondern eine Eingriffskonjektion und dementsprechend ein Fall des Satzes 2 Alternative 1 des 812 Absatz 1. Dann eine weitere Voraussetzung ist, muss der Erwerb des Etwas, des vermögenswerten Etwas auf Kosten des Anspruchstellers erfolgt sein. Auf Kosten bedeutet, durch Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts. Es muss also in eine fremde Rechtsposition eingeriffen werden. Und an dieser Stelle sind dann die Eigentumsverhältnisse bezüglich der betreffenden Sache oder die Berechtigung bezüglich der betreffenden Sache zu prüfen. Das wäre also hier die Stelle, wo Inzidenz zu prüfen ist, wer ist denn in Bezug auf die hinterlegte Sache überhaupt der materiell Berechtigte. Davon hängt es ab, ob wir hier einen Eingriff in die Rechtsposition des die Zustimmung verlangenden Prätenenten haben. Dementsprechend war hier die Frage aufzuwerfen, hier geht es ja um den Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung Teil 1. Die Frage war hier also, wer ist Eigentümer oder wer ist berechtigter bezüglich dieser Zulassungsbescheinigung Teil 1 bezüglich des Fahrzeugscheins. Beim Fahrzeugbrief, das ist die Zulassungsbescheinigung Teil 2, um die geht es hier nicht. Da gibt es eine ständige Rechtsprechung des BGH, das auf das Eigentum, auf die Eigentumsverhältnisse am Fahrzeugbrief 952 BGB entsprechende Anwendung findet. Im Paragraf 952 BGB sagt, dass derjenige, der bei einem Wertpapier oder Wertpapierinhaber der Forderung ist, auch Eigentümer des Papieres ist. Und das wendet der BGH eine ständige Rechtsprechung entsprechend auf den Fahrzeugbrief an. Denn der Fahrzeugbrief, das hatte ich bereits erwähnt, der dokumentiert, wer verfügungsberechtigt bezüglich des Fahrzeugs ist. In der Regel der Eigentümer, nicht notwendig der Eigentümer. Und beim Leasingvertrag, da fällt es eben auseinander, wie auch in unserem Fall. Und deswegen sagt der BGH eine ständige Rechtsprechung, dass das Eigentum am Fahrzeugschein, der Zulassungsbescheinigung Teil 2, demjenigen zusteht nach 952 BGB analog, der auch Eigentümer des Fahrzeugs ist. Eine entsprechende Rechtsprechung für den Fahrzeugschein, um den es hier geht, gibt es nicht. Der Fahrzeugschein, der dokumentiert nicht die Verfügungsberechtigung am Fahrzeug, sondern dass das Fahrzeug zum Betrieb im öffentlichen Verkehr zugelassen ist. Das muss also ständig auch mitgeführt werden von dem Fahrer des betreffenden Fahrzeugs. Für den Fahrzeugschein gibt es eine solche Rechtsprechung nicht. Das heißt, hier stellte sich die Frage, kann man den 952 auch auf den Fahrzeugschein entsprechend anwenden? Und dafür spricht einiges, das muss man nicht zwingend bejahen, aber dafür spricht doch einiges, weil nämlich auch der Fahrzeugschein, ohne dass Fahrzeug im Prinzip keine Funktion, keine Bedeutung hat, gewissermaßen hängt also auch der Fahrzeugschein an dem betreffenden Fahrzeug, muss ja auch, wenn man das Fahrzeug fährt, immer mitgeführt werden nach der gesetzlichen Regelung. Das heißt also, auch zum Fahrzeugschein kann man sagen, er hängt gewissermaßen an dem Fahrzeug selbst dran. Und das rechtfertigt es doch, den 952 entsprechend auf den Fahrzeugschein anzuwenden. Wenn man dieser Sichtweise folgte, dann bedeutet das, man muss jetzt, andernfalls hätte man eben sozusagen autonom die Eignungsverhältnisse am Fahrzeugschein prüfen müssen. Wenn man sich dagegen der Auffassung anschloss, und dafür spricht, wie gesagt, einiges, dass der 952 BGB auch auf den Fahrzeugschein entsprechend anwendbar ist, dann musste man an dieser Stelle prüfen, wie sind denn die Eigentumsverhältnisse am Fahrzeug. Denn davon hing es dann eben ab, wem das Eigentum an dem Fahrzeugschein zustand. Hier waren dementsprechend Inzidenz zu prüfen, die Eigentumsverhältnisse am Fahrzeug. Und wenn man hier zum Ergebnis kam, dass der G Eigentümer des Fahrzeugs und damit nach 952 auch Eigentümer des Fahrzeugscheins ist, dann wäre hier in eine Rechtsposition des G eingriffen worden. Dann hätte der S also die Sperrposition auf Kosten des G erlangt. Also an dieser Stelle zu prüfen, die Eigentumsverhältnisse am Fahrzeug. Und das war sozusagen dann auch gleich der Schwerpunkt dieses Zeils der Arbeit. Wie verhält es sich also mit dem Eigentum am Sattelzug? Wem steht das zu? Ja, die Frage ist hier, hat möglicherweise der G das Eigentum an dem Fahrzeug erworben? G war eben derjenige, der von diesem unbekannten U per Telefax angesprochen worden ist. Möchtest du diesen Sattelzug erwerben? Und der G hat dann am Ende dieses Fahrzeug mitgenommen unter diesen sehr merkwürdigen Verhältnissen. Aber es war eben der Originalfall des OEG Hamm so, dass es sich tatsächlich so ereignete. Ja, der G könnte das Eigentum am Sattelzug durch eine Bereignung nach 929 Satz 1, also durch eine Übergabe, Einigung und Übergabe erworben haben. Aber der S selbst war ja bezüglich des Sattelzugs nicht dinglich berechtigt, denn der S war nur Leasingnehmer. Eigentümerin war weiterhin die Leasinggesellschaft. Und darüber müssen wir uns dann an späterer Stelle nochmal Gedanken machen. Jedenfalls, wir haben im Verhältnis zwischen G und U, der U ist ja im Verhältnis zu G aufgetreten, eine konkludente Einigung dadurch, dass der U dem G das Fahrzeug und die zugehörigen weiteren Gegenstände, insbesondere den Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief und die Schlüsse überlassen hat. Und durch dieses sozusagen Geben und Nehmen ist eine konkludente Einigung erzielt worden, dass nunmehr der G Eigentümer des Sattelzugs sein sollte. Die Frage ist nur, in wessen Namen ist diese dingliche Einigung abgegeben worden. Natürlich von G selbst im eigenen Namen. Der U ist aber hier aufgetreten, nicht im eigenen Namen, sondern als Vertreter des S. Als solchen hat er sich ausgegeben gewissermaßen als Mitarbeiter des S. Und dementsprechend war hier die Frage, gab es eine wirksame Stellvertretung des U für den S bei dieser dinglichen Einigungserklärung. Das war also an dieser Stelle zu prüfen, hat der U in wirksamer Stellvertretung für S gehandelt. Der U hat ganz klar eine eigene Willenserklärung abgegeben und nicht etwa eine Fremde des S überbracht. Das war unproblematisch. Dann die Frage, ist das im Namen des S geschehen? Auch das ist im Ergebnis zu bejahen, denn der U ist eben gerade nicht im eigenen Namen aufgetreten, sondern er hat sich als Angestellter des S ausgegeben und damit deutlich gemacht, dass er hier für S handele. Das heißt also, wir haben ein handelndes U im Namen des S im fremden Namen. Die entscheidende Frage war nun, hat der U mit Vertretungsmacht gehandelt? Und hier ist ganz klar, das liegt auf der Hand, dass wir eine echte Vertretungsmacht des S für den U nicht haben. Der S hat dem U zum keinen Zeitpunkt eine Vertretungsmacht, eine Vollmacht erteilt, für ihn das Fahrzeug zu veräußern. Der S ist vielmehr getäuscht worden durch den U und dementsprechend also keine echte Vertretungsmacht, keine echte Vollmacht des S für den U. Die Frage war nun, haben wir eine Vertretungsmachtkraft Rechtsscheins? Und da kamen verschiedene Ansatzpunkte in Betracht, die im Idealfall dann auch alle zumindest angeprüft worden sein sollten. Man konnte hier zunächst einmal denken an die Rechtsscheinvollmacht, die gesetzlich ausdrücklich geregelte Rechtsscheinvollmacht für Ladenangestellte, Paragraf 56 HGB. Paragraf 56 HGB nur im Verhältnis zu Kaufleutenanwendung und der Paragraf 56 HGB sagt, dass derjenige, der in einem Laden oder in einem offenen Warenlager angestellt ist, als zur Durchführung von Verkäufen und auch Empfangnahmen ermächtigt gilt. Das heißt also, im Fall, dass in Wahrheit keine solche Vollmacht bestand, haben wir in Paragraf 56 einen Fall der gesetzlich geregelten Rechtsscheinvollmacht, eine Form der Anscheinsform. Das würde aber voraussetzen, dass der S-Ladenangestellter im Sinne dieser Vorschrift war. Man konnte ja schon diskutieren, ist das überhaupt ein Laden, ist das ein offenes Warenlager, denn es handelte sich ja doch eher um Büroräumlichkeiten, die gerade nicht für die Allgemeinheit oder für ein größeres Publikum zugänglich sind. Das ist aber Voraussetzung für einen Laden, für ein offenes Warenlager. Das war schon zweifelhaft. Jedenfalls eine weitere Voraussetzung des 56 HGB ist, angestellt ist nur eine Person, die mit Wissen und Willen des Ladeninhabers tätig wird. Und das ist hier in unserem Fall gerade nicht gegeben. Der S wusste eben nicht, dass der U hier für ihn auftritt als sein Vertreter. Das war dem S gerade nicht bewusst und dementsprechend ist der U hier nicht mit Wissen und Willen des Ladeninhabers eingeschaltet gewesen. Und jedenfalls aus diesem Grunde scheidet eine Rechtsscheinvollmacht nach 56 HGB hier aus. Wohl auch schon an anderen Merkmalen, etwa, dass wir keinen Laden, kein offenes Warenlager haben. Jedenfalls aber eben auch an diesem Erfordernis, dass Ladenangestellte nur ist, wenn mit Wissen und Willen des Ladeninhabers in die Verkaufstätigkeit eingeschaltet ist. Der Hintergrund ist, dass an einem Rechtsschein eine Bindung nur bestehen kann, wenn eine Zurechenbarkeit des Rechtsscheins gegeben ist. Und das kann man eben nur annehmen, wenn die betreffende Person, die als Angestellte auftritt, dies mit Wissen und Willen des Ladeninhabers tut. Und dann ist diese Zurechnung gerechtfertigt. Also kein Fall des 56 HGB. Dann konnte noch gedacht werden an eine Spezialvorschrift. Ja, wie gesagt, also auch weitere Merkmale des 56 waren hier wohl nicht erfüllt. Die gewöhnlich, also Verkäufe, die gewöhnlich in dem Laden geschehen. Die Veräußerung eines Sattelzugs ist aber kein gewöhnliches Geschäft in einer Spedition. Auch daran dürfte 56 HGB wohl scheiden. Dann als weitere mögliche Rechtsgrundlage für eine Vertretungsmachtkraft anscheinend Paragraf 366 Absatz 1 HGB, der eine Erweiterung der Gutglaubensvorschriften des BGB wiederum für den kaufmännischen Verkehr anordnet. Paragraf 366 HGB sagt, veräußert oder verpfändet ein Kaufmann im Betriebe seines Handelsgewerbes, der ist als Spediteur, der wäre durchaus Kaufmann, eine ihm nicht gehörige bewegliche Sache. So finden die Vorschriften des BGB zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten. Bei beweglichen Sachen sind das die 932 folgende BGB, auch dann Anwendung, wenn der gute Glaube des Erwerbers die Befugnis des Veräußerers oder Verpfänders über die Sache für den Eigentümer zu verfügen betrifft. Hier wird also der Gutglaubensschutz, der ja den Gut unmittelbar nach 932 folgende nur den guten Glauben an die Eigentümerstellung schützt, erweitert auf den guten Glauben an die Verfügungsberechtigung. Der Eigentümer kann eine andere Person, die Nicht-Eigentümer ist, ermächtigen, für ihn, mit Wirkung führen, gegen ihn über die Sache zu verfügen. Das ist das 185 BGB und das BGB schützt den guten Glauben an eine solche bloße Verfügungsberechtigung nicht. Wohl aber das HGB, 366 Absatz 1 HGB, ordnet eine Erweiterung des Gutglaubensschutzes der 932 folgende BGB auch auf die Konstellation an, dass nicht an das Eigentum geglaubt wird, sondern an eine Verfügungsberechtigung des Veräußerers. Das ist also der unmittelbare Anwendungsbereich des 366 Absatz 1 HGB, guter Glaube an eine Verfügungsbefugnis, aber Verfügungsbefugnis würde bedeuten, dass der Veräußerer im eigenen Namen über die für ihn fremde Sache verfügt, nur eben mit Ermächtigung des Veräußerers, mit Verfügungsbefugnis des Veräußerers, was dann eben zur Folge hat, dass der Veräußerer nach 185 BGB diese Veräußerung gegen sich gelten lassen muss. Aber im unmittelbaren Anwendungsbereich erfasst der 366 eben nur die Konstellation der Verfügung im eigenen Namen, aber eben mit Ermächtigung, mit Verfügungsbefugnis des Veräußerers. Jetzt haben wir hier aber die Konstellation, wie wir schon gesehen haben, dass der U gar nicht im eigenen Namen verfügt hat, sondern er hat im fremden Namen, im Namen des S verfügt. Und nun war eben die Frage, ist der 366 auch auf diese Konstellation anwendbar? Unmittelbar nicht, nach dem Wortlaut wird nur der gute Glaube an die Verfügungsbefugnis, also die Konstellation der Verfügung im eigenen Namen geschützt. Die Frage ist also, kann man 366 auch auf die Konstellation anwenden, das im fremden Namen verfügt wird, aber ohne Vertretungsmacht? Also schützt 366.1 auch den guten Glauben an eine in Wahrheit fehlende Vertretungsmacht, sodass wir hier also einen guten Glaubensschutz an eine in Wahrheit nicht bestehende Vertretungsmacht des U für den S hätten. Das ist umstritten, kann man 366.1 analog auf den Fall des Handelns in oder unter fremdem Namen anwenden. Eine Ansicht bejaht, befürwortet die analoge Anwendung des 366.HGB. Also das ist eines der wenigen Probleme des HGB, die Sie kennen sollten, die eine Examensrelevanz haben, eben gerade für diese Konstellation. Also die erste Auffassung sagt, dass auch der gute Glaube an die in Wahrheit fehlende Vertretungsmacht beim Handeln in fremdem Namen geschützt wird und verweist auf die Materialien zum HGB von 1897. Das HGB ist ungefähr zeitgleich mit dem BGB erlassen worden, mit dem BGB zeitgleich im 01.01.1900 in Kraft getreten und in der sogenannten Denkschrift zum HGB-Entwurf, da steht zur Begründung des 366 tatsächlich etwas, woraus man durchaus herleiten kann, dass der historische Gesetzgeber beide Konstellationen im Prinzip gleich behandeln wollte. Zum einen eben das Handeln im eigenen Namen mit Verfügungsbefugnis, zum anderen aber auch das Handeln in fremdem Namen. Allerdings muss man dem entgegenhalten, dass das im Wortlaut des Gesetzes keinen Niederschlag gefunden hat. Wenn man aber unter dieser Auffassung subsummiert, dann müsste man eben die Frage stellen, war denn der G überhaupt bezüglich der Vertretungsmacht des U gutgläubig oder aber war er bösgläubig? Für die gut Bösgläubigkeit kommt es auf den Maßstab des 932 Absatz 2 an, das heißt, es schadet die Kenntnis, aber eben auch die grob fahrlässige Unkenntnis der in Wahrheit fehlenden Vertretungsmacht. Die Frage war nun, war der MG in diesem Sinne bösgläubig hinsichtlich der Vertretungsmacht des U? Gegen eine Bösgläubigkeit konnte man anführen, dass der U ja immerhin auf dem Betriebsgelände und in den Räumen des S tätig wurde. Das heißt also, der S hat ihm ermöglicht, in seinen betrieblichen Räumlichkeiten tätig zu werden. Und das ist dann doch ein recht starkes Indiz dafür, dass der U auch Vertretungsmacht für den S hat. Auf der anderen Seite gab es eine ganze Menge von Anhaltspunkten, die zu zweifeln an der Vertretungsbefugnis, überhaupt der Befugnis des U führen mussten. Etwa dieses Telefax, das Schreibfehler aufwies, dann auch der auffallend niedrige Kaufpreis, der deutlich unter dem Marktwert war. Und der G als Geschäftsmann musste dies auch erkennen, dass das ein Preis deutlich unter dem Marktwert war. Das alles musste doch gewisse Zweifel begründen. Und deswegen spricht doch einiges dafür, dass wir hier auf Seiten des G grobe Fahrlässigkeit haben. Wir haben doch insgesamt so starke Anhaltspunkte dafür, dass etwas nicht stimmen konnte, dass der G hier Nachforschungen hätte anstellen müssen. Und mit dieser Argumentation konnte man hier eine grobe Fahrlässigkeit annehmen, sodass man auch dann, wenn man dieser ersten Auffassung folgte und sagt, 366 gilt entsprechend für den Fall des Handels in fremdem Namen, dass man dann im Ergebnis den 366 verneint. Ja, wegen eben fehlender Gutglaubigkeit, wegen Bösglaubigkeit des G in Bezug auf die Vertretungsmacht des U. Die Gegenansicht will den 366.1 HGB von vornherein nicht analog auf die Konstellation des Handels in fremdem Namen anwenden. Dafür lässt sich anführen, dass tatsächlich, wenn es einen Willen des historischen Gesetzgebers gegeben hat, beide Konstellationen gleich zu behandeln, ist das eben nicht im Wortlaut des Gesetzes niedergeschlagen. Es wird klar differenziert zwischen der Vertretungsbefugnis und der Verfügungsbefugnis. Und im 366 ist eben nur von Verfügungsbefugnis die Rede, also der Wortlaut gibt es nicht her. Und man kann weiter hinzufügen, dass der HGB-Gesetzgeber ja in den mehr als 100 Jahren, seitdem das HGB in Kraft getreten worden ist, das HGB immer wieder geändert hat, aber den Wortlaut des 366 trotz Kenntnis dieses Streites, den es über 366 gibt, nicht geändert hat. Das spricht auch dafür, dass der heutige Gesetzgeber eben gerade nicht mehr die Gleichbehandlung bei der Konstellation will. Das heißt also, die besseren Argumente sprechen doch wohl für die Nichtanwendung, die Verneinung einer analogen Anwendung des 366 auf die Konstellation des Handelns in fremdem Namen. Wenn man dieser Auffassung folgt, dann könnte man hier nur die allgemeinen Rechtsscheinregeln anwenden, nicht den 366 Absatz 1 HGB analog und würde schon aus diesem Grunde die Anwendung des 366 verneinen. Wir haben aber gesehen, dass die Voraussetzungen, nämlich die Gutglaubigkeit, wohl sowieso nicht vorliegen, sodass man hier wohl mit beiden Auffassungen zu einer Verneinung der analogen Anwendung des 366 im Ergebnis kommt. Das bedeutet, da wir keine speziellen Vorschriften über eine Rechtsscheinvollmacht oder eine fingierte Vollmacht sozusagen haben, müssen wir jetzt zurückgreifen auf die allgemeinen Regeln über die Anscheinvollmacht. Das, was ich jetzt zum HGB gesagt habe, das können Sie in meinem Lehrbuch zum HGB noch einmal nachlesen. Da habe ich Ihnen auch die entsprechenden Randnummern sowohl am Ende der Folien als auch in den Lösungshinweisen angegeben. Da können Sie das alles noch einmal zu 56 HGB oder 366 HGB nachlesen. Das sind Vorschriften, die eine durchaus hohe Examensrelevanz haben. Wenn man also diese Vorschriften hier nicht zur Anwendung brachte, dann müsste man zurückgreifen auf die allgemeinen Regeln über die Anscheinvollmacht. Sie kennen aus der Vorlesung BGB-AT die Unterscheidung zwischen Duldungsvollmacht und Anscheinvollmacht. Bei der Duldungsvollmacht kennt der Vertretende das Auftreten einer anderen Person als Vertreter ohne Vertretungsmacht, aber duldet dieses Verhalten. Da müssen wir also ein Bewusstsein von diesem Auftreten als Vertreter ohne Vertretungsmacht haben. Das ist bei uns nicht der Fall. Der S. wusste nichts davon, dass der U. als sein Vertreter auftritt. Dementsprechend kommt hier nur die Anscheinvollmacht in Betracht und da ist die Grundlage für die Zurechnung des Rechtsscheins einer Vertretungsmacht die Fahrlässigkeit. Man schreitet fahrlässig nicht gegen dieses Auftreten einer anderen Person als Vertreter ohne Vertretungsmacht ein und deswegen muss man sich diesen Rechtsschein zurechnen lassen wie eine echte Vollmacht. Das ist jedenfalls die Sichtweise der herrschenden Meinung des BGH in ständiger Rechtsprechung. Allerdings, und diesen Streit sollte man an dieser Stelle auch bringen, ist umstritten, ob die Anscheinvollmacht tatsächlich die Wirkung einer echten Vollmacht hat. So wird das vom BGH und von der herrschenden Meinung angenommen. Oder ob die Anscheinvollmacht oder die Voraussetzungen der Anscheinvollmacht nur eine Haftung aus Kulper in Kontrahendo begründen, so Teile des Schrifttums, etwa Flume. Der BGH in ständiger Rechtsprechung sagt, nein, die Anscheinvollmacht löst nicht bloß eine Haftung aus CEC aus, aus Kulper in Kontrahendo, sondern hat die Wirkung einer echten Vollmacht, weil wir eben in Gestalt des fahrlässigen Nicht-Einschreitens gegen das Auftreten einer anderen Person als Vertreter einen hinreichenden Zurechnungsgrund für diesen Rechtsschein haben. Und der BGH geht eben von einem allgemeinen Grundsatz aus, dass derjenige, der in zurechenbarer Weise einen Rechtsschein schafft oder einen Rechtsschein zulässt, sich diesen Rechtsschein zurechnen lassen muss, so als wäre der Rechtsschein Wirklichkeit. Das bedeutet hier also, als bestehe wirklich eine Vollmacht. Insoweit wird auch verwiesen auf die 170 folgende, das heißt die gesetzlichen Vorschriften über Fälle einer Rechtsscheinvollmacht. Und da haben wir auch die Regelung des 173, aus der sich ergibt, dass tatsächlich die fahrlässige Zulassung eines solchen Rechtsscheins ausreichend ist. Und darauf stützt der BGH eben in ständiger Rechtsprechung diese Sichtweise, dass die Anscheinvollmacht die Wirkung einer echten Vollmacht hat. Im Schrifttum wird es teilweise bestritten, teilweise nur für den Nicht-Handelsverkehr bestritten, teilweise allgemein bestritten und gesagt, nein, die bloße fahrlässige Zulassung eines Rechtsscheins kann nicht zu einer Haftung für den Rechtsschein führen, nicht zu einer Zurechnung des Rechtsscheins führen, sondern nur zu einer Haftung aus Kulbein-Kontrahendung. Wenn man hier die herrschenden Auffassung folgte, dann stellte sich eben die Frage, laden die Voraussetzungen für eine Anscheinvollmacht vor? Und das würde dazu führen, dass der S sich das Verhalten des U als seinen Vertreter zurechnen lassen muss, dass er sich so behandeln lassen muss, als habe er eine Vollmacht erteilt. Und das bedeutet, dass die Übereignungserklärung, die U für den S im Namen des S abgegeben hat, für und gegen S wirken würde. Das wäre die Konsequenz, die Voraussetzungen für die Anscheinvollmacht bejahen und der herrschenden Macht hat. Voraussetzungen aber für die Anscheinvollmacht grundsätzlich eine gewisse Häufigkeit und Dauer des Auftretens als Vertreter des Anderen. Das heißt also, das erst- und einmalige Auftreten als Vertreter eines Anderen, das löst im Grundsatz noch nicht eine Anscheinvollmacht aus, reicht also nicht für die Zurechnung des Rechtscheins. Man kann also von einem fahrlässigen Nichtverhindern des Auftretens als Vertreter nur und erst dann sprechen, wenn der Vertreter schon mehrfach als Vertreter des Anderen aufgetreten ist. Das war hier nicht der Fall, sondern der U ist erst- und einmalig aufgetreten. Man konnte jetzt aber sich überlegen, ob möglicherweise durch die anderen Umstände, insbesondere dadurch, dass der U den Fahrzeugbrief vorgelegt hat, ein qualifizierter Rechtsschein vorlag, der schon beim erst- und einmaligen Sätzen die Zurechnung gestattet. Das konnte man hier durchaus erwägen. Wir haben also den Fahrzeugbrief. Der S war ja so leichtsinnig, dem U den Fahrzeugbrief auszuhändigen. Und ich hatte bereits gesagt, dieser Fahrzeugbrief, die Zulassungsbescheinigung Teil 2, das wird im Rechtsverkehr allgemein als Legitimationsgrundlage angesehen, der die Inhaberschaft am Fahrzeugbrief legitimiert in den Augen des Rechtsverkehrs den Inhaber als Berechtigten bezüglich des Fahrzeugs. Und insofern haben wir in Gestalt des Fahrzeugbriefs, der Inhaber schafft am Fahrzeugbrief einen qualifizierten Rechtsschein, der eben auch dafür sprechen könnte, dass wir eine Vertretungsmacht des U haben. Das war also aus meiner Sicht durchaus vertretbar, dass man sozusagen in Analogie zu 172 BGB, wonach eine Vollmachtsurkunde ja auch als Vertreter berechtigt, selbst wenn die Vollmacht in Wahrheit nicht mehr besteht, und die haben wir eben keine Vollmachtsurkunde, aber wir haben ebenfalls einen qualifizierten Legitimationsausweis, nämlich den Fahrzeugbrief. Und in einer Art Analogie zu 172 konnte man also hier von einem qualifizierten Rechtsschein durchaus ausgehen. Aber, und auch da kann man sich wieder an 172 BGB orientieren, bei 172 BGB begründet diesen Rechtsschein nur eine bewusst und willentlich ausgehändigte Vollmachtsurkunde. Das heißt also, eine Zurechnung haben wir auch bei 172, nur wenn diese Vollmachtsurkunde von dem vermeintlichen Vollmachtgeber bewusst und willentlich an den Vertreter ohne Vertretungsmacht ausgehändigt worden ist. Und ich meine, dass auch ein solcher qualifizierte Rechtsschein, wenn man ihn auf die Vorlage des Fahrzeugsbriefs stützen möchte, voraussetzt, dass eine willentliche Aushändigung des Fahrzeugbriefs stattgefunden hat. Und das war bei uns hier nicht der Fall, sondern der Fahrzeugbrief ist ja nur auf dem Tisch liegen gelassen worden. Das heißt also, möglicherweise fahrlässig hat man die Inbesitznahme dieser Urkunde ermöglicht, aber eben nicht durch bewusstes und willentliches Aushändigen. Deswegen, selbst wenn man sagt, der Fahrzeugbrief begründet einen qualifizierten Rechtsschein, wird man diesen dem S wohl doch nicht zurechnen können, weil es eben an der bewussten und willentlichen Aushändigung des Fahrzeugbriefs fehlt. Deswegen also im Ergebnis wohl keine Anscheinsvollmacht. Und das bedeutet, der S muss die in seinem Namen von U abgegebenen Übereignungserklärung dann doch nicht gegen sich gelten lassen. Wir haben auch, wir haben dementsprechend ein Auftreten des U als Vertreter ohne Vertretungsmacht, keine Zurechnung der Übereignungserklärung nach 164 Absatz 1 Satz 1 an den S. Es ist auch seitens des S nicht genehmigt worden. Im Gegenteil, er missbilligt ja diesen gesamten Vorgang. Das heißt also, wir haben im Ergebnis keine Vertretungsmacht des U und das bedeutet, dass wir keine Übereignung von S, vertreten durch U, an den G haben. Der G hat also jedenfalls nicht von S als Berechtigtem das Eigentum am Sattelzug erworben. Man konnte dann noch erwägen, ob hier ein gutgläubiger Erwerb des S von U als Nichtberechtigtem gegeben war. Paragraph 932 BGB, den wir gerade schon innerhalb des 366 HGB geprüft haben. Das würde aber voraussetzen, dass im Übrigen mit Ausnahme also der fehlenden Berechtigung des Veräußerers alle Voraussetzungen des 929 Satz 1 gegeben sind. Insbesondere brauchen wir eine Einigung, und zwar, wenn wir den gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten prüfen, die Einigung zwischen dem Erwerber und dem Nichtberechtigten. Hier haben wir aber ein Auftreten des U nicht im eigenen Namen, sondern im Namen des S. Das heißt also, wir haben gar keine Einigung zwischen dem Erwerber G und dem Nichtberechtigten, dem U, sondern die Einigung ist, wenn überhaupt, dann nur mit dem S zustande gekommen. Schon daran scheitert also der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten, weil eben die Voraussetzungen des 929 gar nicht gegeben sind, eine dingliche Einigung zwischen dem Erwerber und dem Nichtberechtigten. Daran fehlt es hier schon. Dementsprechend können wir auch nicht über 366 HGB hier zum gutgläubigen Erwerb kommen und dann im Gesichtspunkt einer Verfügungsbefugnis, weil wir eben gerade kein Auftreten des U in eigenem Namen, sondern in fremdem Namen haben. Auch ein Fall ist 366 somit nicht gegeben. Dementsprechend scheidet von vornherein dieser gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten aus, weil eben schon die allgemeinen Voraussetzungen des 929 nicht gegeben sind, beziehungsweise dann eben des 366, dass kein Handeln, keine Veräußerung im eigenen Namen erfolgt ist. Und dementsprechend kann man hier im Ergebnis feststellen, der G hat kein Eigentum am Sattelzug erworben. Und das bedeutet dementsprechend auch nicht analog 952 BGB Eigentum des Fahrzeugscheins. Wenn der G aber nicht Eigentümer des Fahrzeugscheins ist, dann kann mit der Sperrposition des S auch nicht in eine Rechtsposition des G eingriffen worden sein. Dementsprechend haben wir also keinen Erwerb der Rechtsposition auf Kosten des G. Auch kein obligatorisches Besitzrecht des G bezüglich des Fahrzeugscheins, weil es eben auch an einem wirksamen Kaufvertrag über den Sattelzug fehlt. Da kann man auf das verweisen, was wir gerade zur dinglichen Einigung gesagt haben. Auch der Kaufvertrag wirkt nicht unmittelbar für und gegen den S, weil es eben an einer Vollmacht des U für den S auch hinsichtlich des Verpflichtungsbeschäfts des Kaufvertrags fehlt. Dementsprechend also im Ergebnis kein Eingriff in irgendeine Rechtsposition des G. Der S hat also die Sperrposition nicht auf Kosten des G erworben und daran scheitert der Anspruch aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB. Also kein Anspruch auf Herausgabe der Sperrposition, auf Zustimmung zur Herausgabe durch das Amtsgericht als Hinterlegungsstelle. Möglicherweise aber zumindest ein Anspruch auf Schadensersatz. Das wird ja gewissermaßen hilfsweise geltend gemacht. Hier könnte man an einen Schadensersatzanspruch des G gegen den S unter dem Gesichtspunkt der Kulpa in Contrahendo denken, weil möglicherweise der S schuldhaft dieses Auftreten des U als seinen Vertreter zugelassen hat. Und das könnte eine Schadensersatzhaftung unter dem Gesichtspunkt der Kulpa in Contrahendo auslösen. Das würde voraussetzen, dass zunächst einmal zwischen G und S ein vorvertragliches Schuldverhältnis im Sinne des § 311 Absatz 2 begründet worden ist. Und hier könnte man denken an die Aufnahme von Vertragsverhandlungen zwischen G und S. Aus der Sicht des G war ja der S sein Vertragspartner. Oder man konnte auch denken an den Tatbestand des § 311 Absatz 2 Nummer 2, dass man sich in einen fremden Machtbereich hineingibt, ein Vertragsanbahnungsverhältnis besteht. Hier hat sich ja der G in die Räumlichkeiten des S begeben, in den räumlichen Machtbereich. Und das könnte man durchaus ein Stück weit vergleichen mit den Kaufhausfällen. Das ist ja sozusagen der klassische Anwendungsfall für den § 311 Absatz 2 Nummer 2, Vertragsanbahnungsverhältnisse. Aber man konnte auch denken an die Nummer 1, die Aufnahme von Vertragsverhandlungen. Beide Tatbestände des § 311 und auch der dritte Tatbestand, die Nummer 3, ähnliche geschäftliche Kontakte, setzen aber ein einvernehmliches Verhalten beider Beteiligter voraus. Das heißt also, auch diese vorvertraglichen Schuldverhältnisse im Sinne des § 311 Absatz 2 können nicht einseitig durch das Verhalten nur einer Person, das wäre hier der G, begründet werden, sondern es bedarf eines einvernehmlichen Zusammenwirkens beider Personen. § 311 Absatz 2 kodifiziert letztlich nur besondere Fälle eines rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses. Und Rechtsgeschäft bedeutet, wir brauchen ein Einvernehmen beider Beteiligter. Das heißt also, dieses Schuldverhältnis muss zurückführbar sein auf den Willen der Beteiligten. Und für § 311 ist für alle Tatbestände anerkannt, dass nur ein einvernehmliches Zusammenwirken beider Beteiligten oder aller Beteiligten ein solches vorvertragliches Schuldverhältnis begründen kann. Es muss also vom Willen beider Beteiligter gedeckt sein. Ohne Zweifel war dieses Hineinbegeben in die Räumlichkeiten des S, gewissermaßen auch die Aufnahme von vermeintlichen Vertragsverhandlungen mit S, vom Willen des G gedenkt. Nur auf Seiten des S, da muss man doch erhebliche Zweifel haben, war das Ganze auch vom Willen des S gedeckt. Der S wollte niemals in Vertragsverhandlungen mit G treten. Das ist völlig klar. Das heißt also, für Nummer 1 würde es hier an einem entsprechenden Willen des S fehlen. Man konnte allenfalls noch an die Nummer 2 denken. Es war also durchaus vertretbar unter Verweis eben auf die fehlende Deckung durch den Willen des S, hier ein vorvertragliches Schuldverhältnis abzulehnen. Damit wäre die Prüfung dann schon am Anfang zu Ende. Das wäre durchaus vertretbar. Die andere Möglichkeit wäre eben, dass man abstellt auf diese sozusagen Vergleichbarkeit mit den Kaufhausfällen. Der S war ja durchaus generell damit einverstanden, dass sich Personen, die mit ihm in geschäftliche Beziehungen treten wollten, etwa den Sattelzug erwerben wollten, sich in seine Räumlichkeiten begaben. Das heißt, ein solches generelles Einverständnis des S, seine Räumlichkeiten zu betreten, haben wir schon. Das kann man durchaus hier annehmen, in sozusagen Parallele zu den Kaufhausfällen, wo wir ja auch jetzt nicht ein spezifisches, auf eine ganz bestimmte Person individualisiertes Einverständnis des Kaufhausinhabers haben, sondern der Kaufhausinhaber ist nur allgemein damit einverstanden, dass Personen, die mit ihm in geschäftliche Beziehungen treten wollen, in seine Räumlichkeiten eintreten. Und ganz ähnlich könnte man das hier sehen, und zwar durchaus mit dieser Argumentation vertretbar, dass wir doch ein generelles Einverständnis des S haben, damit doch eine Einvernehmlichkeit der Begründung dieses Vertragsanbahnungsverhältnisses. Wenn man das so sah, und das war gut vertretbar, dann hätten wir hier ein vorvertragliches Schuldverhältnis. Dann wäre die nächste Frage, haben wir hier eine Verletzung von Rücksichtnahmepflichten im Sinne des 241 Absatz 2? Man wird wohl sagen müssen, dass, wenn man ein solches Vertragsanbahnungsverhältnis hat, anderen Personen also das Betreten seiner Geschäftsräumlichkeiten ermöglicht, gestattet, dann muss man dafür sorgen, dass zum Beispiel dort keine Gefahrenquellen, etwa in Gestalt von irgendwelchen Stolpersteinen oder sonstigen Gefahrenquellen, nicht isolierten Elektrokabeln und Ähnlichem vorhanden sind, aber auch, dass dort nicht Personen herumlaufen in diesen Räumlichkeiten, die sich als Angestellte, als Vertreter des Inhabers der Räumlichkeiten ausgeben und damit Personen zu einem Vertragsschluss verleiten. Das wird man durchaus als eine solche Rücksichtnahmepflicht ansehen können. Wenn man schon die betrieblichen Räumlichkeiten zum Zutritt, zumindest für bestimmte Personen eröffnet, dann muss man dafür Sorge tragen, als Rücksichtnahmepflicht im Sinne des 241 Absatz 2, dass sich dort nicht Personen aufhalten, die sich dann als Angestellte, als Vertreter, ohne Vertretungsmacht aufspielen. Dagegen hat der S verstoßen und man wird hier auch eine Fahrlässigkeit des S annehmen müssen, dass er den U da, den er gar nicht kannte, völlig allein in seinen Räumlichkeiten sitzen und scheiden und weiden lässt. Das wird man schon als möglicherweise sogar grobfahrlässig ansehen können. Das heißt also, wir haben eine schuldhafte Verletzung einer solchen Rücksichtnahmepflicht und damit den haftungsbegründenden Tagbestand der Kulpern-Kontrahendo erfüllt. Dann würde sich auf der Rechtsfolgenseite die Frage stellen, was ist der Schaden, der hier durch diese Pflichtverletzung des S entstanden ist. Infolge dieser Pflichtverletzung des S konnte der U hier völlig frei sich als Angestellter, als Vertreter ausgeben, hat dadurch den GEDU zu dem Vertragsschluss und vor allen Dingen eben zur Zahlung der 13.500 Euro veranlasst. Das heißt also, der Verlust der 13.500 Euro, die also jetzt mit dem U verschwunden sind, das ist etwas, was adäquat kausal auf diese Pflichtverletzung des S zurückzuführen ist. Das ist ein adäquat kausaler Schaden. Und diesen Betrag könnte nun der G von S ersetzt verlangen. Allerdings hat sich ja auch der G hier nicht unbedingt ganz geschickt angestellt, sondern auch der G hat sich hier ein bisschen ungeschickt verhalten. Zum Beispiel hätte er ja durchaus Zweifel an der Vertretungsmacht des U haben können. Die Begleitumstände waren ja schon etwas merkwürdig. Nochmals auffallend niedriger Kaufpreis. Dann eben auch diese erheblichen Schreibfehler auf der Rechnung, die der U dem G geschickt hat. All das hätte durchaus den G veranlassen müssen, Zweifel an der Vertretungsmacht des U für den S zu haben und diesen Zweifeln nachzugehen. Das heißt also, man kann hier durchaus davon ausgehen, dass wir auf Seiten des G Fahrlässigkeit in Bezug auf die in Wahrheit fehlende Vertretungsmacht des U haben. Für die Konstellation des Vertreters ohne Vertretungsmacht, dass man also den Vertreter ohne Vertretungsmacht, den Fall des Prokurators, in Anspruch nimmt, sagt 179 Absatz 3 HGB, dass eine Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht ausgeschlossen ist, wenn wir in Bezug auf die fehlende Vertretungsmacht auf Seiten des anderen Teils zumindest Fahrlässigkeit haben. 179 Absatz 3 sagt, der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste, also fahrlässig nicht kannte. Hier haben wir ein jedenfalls fahrlässiges Nichtkennen auf Seiten des G bezüglich der fehlenden Vertretungsmacht des U. Und nur, wir haben hier nicht einen unmittelbaren Anwendungsfall in dem 179 Absatz 3, der gilt nur, wenn wir eine Inanspruchnahme des Vertreters ohne Vertretungsmacht haben. Das wäre hier der U, der ist aber über alle Berge nicht auffindbar. Und die Frage ist nun, kann man diesen 179 Absatz 3, diesen Rechtsgedanken auch heranziehen, wenn der Vertreter, äh, Verzeihung, der Vertretende in Anspruch genommen wird unter dem Gesichtspunkt der Kulpa in Contrahendo, weil er eben das Auftreten des Vertreters ohne Vertretungsmacht zugelassen. Das wird von Teilen des Schrifttums durchaus bejaht, Teile des Schrifttums bejahen, eine entsprechende Anwendung des 179 Absatz 3 Satz 1 BGB auch auf die Konstellation, dass eben nicht der Vertreter ohne Vertretungsmacht, sondern der Vertretende, der Scheinvertretende sozusagen in Anspruch genommen wird unter dem Gesichtspunkt der Kulpa in Contrahendo. Allerdings würde das eine planwidrige Regelungslücke voraussetzen oder überhaupt eine Regelungslücke. Und da meine ich, dass eine solche nicht besteht, denn wir können auch im Rahmen der CIC ja ein etwaiges, fahrlässiges Verhalten des Anspruchstellers über 254 BGB über das Mitverschulden berücksichtigen. Das heißt also, weil wir diese Vorschrift des 254 über Mitverschulden haben, besteht meines Erachtens keine Regelungslücke, scheidet also die entsprechende Anwendung des 179 Absatz 3 aus. Dementsprechend also war es aus meiner Sicht hier, es war vertretbar, den 179 Absatz 3 analog anzuwenden. Ich meine aber, dass die besseren Gründe gegen eine Regelungslücke, gegen die Analogie zu 179 Absatz 3 sprechen und dementsprechend man nach den allgemeinen Regeln schauen muss, wie geht man mit dem fahrlässigen Verhalten auch des G, des Anspruchstellers um. Und da kommt eben zur Anwendung der 254 BGB die Kürzung des Schadensersatzanspruchs wegen Mitverschuldens des Geschädigten. Der G selbst hat sich hier auch ungeschickt angestellt, unbeholfend angestellt. Ihm fällt Fahrlässigkeit zur Last und dementsprechend wird er sich seinen Schadensersatzanspruch im Umfang seines Mitverschuldens kürzen lassen müssen. Und bezüglich des Umfangs des Mitverschuldens, da konnte man nun verschiedene Ansichten vertreten. Man konnte sagen, das Mitverschulden des G, weil das Ganze doch so auffällig, so ungewöhnlich war, war so groß, dass das Verschulden des S dahinter völlig zurücktritt. Das erscheint mir aber doch zu weitgehend. Ich würde sagen, dass man im Ergebnis hier zu einer Aufteilung des Schadensersatzanspruchs kommen muss. Wir haben also sicherlich ein Mitverschulden des G. Wir haben aber auch ein nicht unerhebliches Verschulden des S, der den Fahrzeugbrief da unbeaufsichtigt hat herumliegen lassen. Das heißt also, man konnte hier zu einer Teilung des Schadens 50 zu 50 kommen. Und das musste man aber jetzt, oder da war, sagen wir mal, doch mehr oder weniger alles vertretbar. Den 2,54, den sollte man aber dann schon gesehen haben. So, das also zur Frage 1. Haben Sie dazu noch Fragen? Ja, sehe ich im Moment nicht. Dann würde ich zu Frage 2 kommen. Da geht es jetzt um die Ansprüche im umgekehrten Verhältnis des S gegen den G. Und der S verlangt umgekehrt auch von G. Zunächst einmal die Zustimmung zur Herausgabe des hinterlegten Fahrzeugscheins. Auch hier ist die Anspruchsgrundlage wieder wie in Frage 1. Die Eingriffskonnektion, Paragraf 812, Absatz 1, Satz 1, Alternative 2 BGB. Auch der G hat in Gestalt der Sperrposition, die ja allen Prätendenten in diesen Hinterlegungsfällen zusteht, etwas erlangt. Ja, ein Vermögenswert erlangt. Da konnte man nach oben verweisen. Die Frage war nun, hier also im umgekehrten Verhältnis, hat der G diese Sperrposition in sonstiger Weise auf Kosten des S erlangt? In sonstiger Weise, die Frage haben wir schon beantwortet, in den Hinterlegungsfällen erwächst die Sperrposition ja nicht auf einer bewussten und zweckgerichteten Zuwendung des anderen Prätendenten, sondern beruht auf dem Gesetz. Also ein Erwerb in sonstiger Weise, nicht durch Leistung. Und bei der Frage auf Kosten des S, da kommt es eben wieder an, ist hier in die Rechtsposition des Anspruchstellers S eingegriffen worden. Das wäre dann der Fall, wenn der S Eigentümer des Fahrzeugscheins wäre. Hier muss man berücksichtigen, dass der S ja Leasingnehmer ist, dementsprechend nicht Eigentümer des Fahrzeugs. Eigentümer des Fahrzeugs war weiterhin die Leasinggeberin L und dementsprechend war die Leasinggeberin L auch nach § 952 BGB analog Eigentümerin des Fahrzeugscheins und auch erst recht des Fahrzeugbriefs. Aber wir haben hier die Besonderheit, dass der G eben Leasingnehmer ist. Damit hat er berechtigten Besitz am Fahrzeug und hat natürlich auch berechtigten Besitz am Fahrzeugschein. Und auch dieser rechtmäßige Besitz, jedenfalls der rechtmäßige Besitz an einer Sache, ist eine geschützte Rechtsposition im Sinne des § 812 der Eingriffskondition. Das heißt, auch durch den Eingriff in den berechtigten Besitz des G an dem Fahrzeugschein haben wir einen Eingriff in eine Rechtsposition des G und dementsprechend einen Erwerb auf Kosten des G. Das heißt also, der S hat hier durch den Eingriff in den berechtigten Besitz des G diese Sperrposition auf Kosten des G erworben. Dann müsste dieser Erwerb, diese Bereicherung ohne Rechtsgrund erfolgt sein und ein Rechtsgrund für den Erwerb des Eigentums oder zumindest des Besitzes an diesem Fahrzeugschein und damit auch der Sperrposition. Das könnte ein Kaufvertrag zwischen den Beteiligten sein. Aber wir haben schon in der Frage 1 gesehen, mangels Vertretungsmacht und mangels sonstigen Rechtschein- oder Zurechnungstatbestandes haben wir hier weder eine Übereignung mit Wirkung für und gegen Essen noch einen Kaufvertrag mit Wirkung führen gegen S. Das heißt, wir haben auf Seiten des G weder ein dingliches noch ein obligatorisches Recht zum Besitz am Fahrzeugschein und damit auch bezüglich dieser Sperrposition. Das heißt also, der Erwerb dieser Sperrposition ist ohne Rechtsgrund erfolgt. Und das bedeutet, dass im Ergebnis der S nun von G die Herausgabe der Sperrposition verlangen kann. Und Herausgabe der Sperrposition, das bedeutet nach § 22 des schleswig-holsteinischen Hinterlegungsgesetzes, die Bewilligung, das heißt also die Zustimmung zur Herausgabe durch das Amtsgericht als Hinterlegungsstelle, das wäre also die Herausgabe im Sinne des 8.12, die Erteilung der Zustimmung zur Herausgabe durch die Hinterlegungsstelle. Und wenn der G diese Zustimmung nicht freiwillig erteilt, dann muss er eben verklagt werden. Und wie ich schon gesagt habe, dass der Klage auf Zustimmung stattgebende Urteil, das fingiert nach § 854 ZPO diese Willenserklärung, diese Zustimmung. Und dann kann eben der S mit diesem Urteil zur Hinterlegungsstelle gehen und die Herausgabe an sich verlangen. Ja, daneben verlangt der S von G noch die Herausgabe des Sattelzugs, der sich immer noch bei G befindet, und des Fahrzeugbriefs, der sich ebenfalls immer noch bei G befindet. Insoweit war zunächst einmal zu denken und hier war sozusagen gefordert, dass Sie alle in Betracht kommenden Herausgabeansprüche prüfen. Das war also nochmal eine gute Gelegenheit, zu schauen, welche Herausgabeansprüche hält das BGB im Einzelnen bereit. Das sind schon eine ganze Menge. Zunächst einmal 985 BGB, der Herausgabeanspruch des Eigentümers gegen den Besitzer. Wir haben in Bezug auf Sattelzug und Fahrzeugbrief ganz klar die tatsächliche Sachherrschaft, also den Besitz des G, das ist unproblematisch. Die Frage war, haben wir auch Seiten des S Eigentum? Und da musste wieder berücksichtigt werden, der S ist Leasingnehmer und dementsprechend ist der S selbst gar nicht Eigentümer des Sattelzugs- und Fahrzeugbriefs, sondern das Eigentum steht der L als Leasinggesellschaft zu. Die L hat allerdings dem S die Ermächtigung erteilt, das Fahrzeug mit dem Fahrzeugbrief zu veräußern und auch die Ermächtigung erteilt, diesen Herausgabeanspruch geltend zu machen. Der Anspruch aus 985 kann nach ganz herrschender Meinung nicht vom Eigentum getrennt werden. Das heißt also, der Anspruch aus 985 kann nicht losgelöst vom Eigentum an einen Dritten, der nicht Eigentümer ist, abgetreten werden. Was aber möglich ist, das ist auch in der Rechtsprechung anerkannt, ist, dass man einen anderen zur Geltendmachung des Anspruchs aus 985 ermächtigt. Und das ist hier seitens der L geschehen. Die L hat den S zur Geltendmachung des Herausgabeanspruchs aus 985 ermächtigt, hat also eine Zustimmung im Sinne des 185, 985 BGB erteilt, eine sogenannte Ermächtigung. Und das berechtigt dann den Nicht-Eigentümer, diesen Herausgabeanspruch aus 985 im eigenen Namen geltend zu machen. Das ist also durchaus möglich. Also keine Abtretung des Anspruchs aus 985 ohne zeitgleiche Übertragung des Eigentums. Wohl aber kann man einen Nicht-Eigentümer ermächtigen, diesen Anspruch aus 985 im eigenen Namen geltend zu machen. Das ist hier geschehen. Dementsprechend kann also der S, obwohl er selbst nicht Eigentümer ist, diesen Herausgabeanspruch aus 985 für die S geltend machen und die Herausgabe also im eigenen Namen fordern. Dementsprechend haben wir einen Besitz auf Seiten des G. Wir haben eine Ermächtigung auf Seiten des Anspruchstellers S für die Eigentümerin L, diesen Anspruch geltend zu machen im eigenen Namen. Und es dürfte jetzt kein Recht zum Besitz auf Seiten des G bestehen. Ein solches Recht zum Besitz könnte aus dinglichen Rechtspositionen folgen, dem Erwerb des Eigentums. Wir haben aber gesehen, der G hat gerade kein Eigentum am Sattelzug und auch nicht am Fahrzeugbrief erworben. Und ein obligatorisches Besitzrecht könnte aus einem Kaufvertrag über den Sattelzug folgen. Aber auch da haben wir schon in Frage 1 gesehen, dass wir ja keine Zurechnung der auf den Kaufvertrag gerichteten Willenserklärung des U an den S haben. Dementsprechend also auch kein Kaufvertrag im Verhältnis zwischen S und G, auch kein obligatorisches Recht zum Besitz. Also im Ergebnis, kein Recht des G zum Besitz am Sattelzug und am Fahrzeugbrief, Zulassung bescheinigen Teil 2. Und dementsprechend kann S von G nach § 985 BGB die Herausgabe sowohl des Sattelzugs als auch des Fahrzeugbriefs der Zulassungsbescheinigung Teil 2 verlangen. Ja, daneben gab es aber auch noch eine ganze Reihe von weiteren Herausgabeansprüchen, die im Idealfall ebenfalls gesehen und geprüft werden sollten. Da gab es zunächst einmal den sogenannten Petitorischen Besitzschutzanspruch aus § 1007 BGB. Und bei § 1007 BGB, da müssen Sie auch noch darauf achten, dass wir da keine einheitliche Anspruchsgrundlage haben, sondern in § 1007 finden Sie mehrere verschiedene Anspruchsgrundlagen, die dann auch getrennt zu prüfen sind. Wir haben zunächst einmal in § 1007 den Absatz 1. Bei § 1007, da kommt es auf das bessere Recht zum Besitz an. § 1007 regelt verschiedene Konstellationen, in denen ein früherer Besitzer gegen den jetzigen Besitzer Herausgabeansprüche hat. Und in diesen Konstellationen geht man davon aus, dass das Besitzrecht des früheren Besitzers besser ist als dasjenige des aktuellen Besitzers. Das heißt, hier kommt es eben auf das bessere Besitzrecht an. Und man spricht von einem Petitorischen Besitzschutzanspruch abzugrenzen von § 861, § 862. Da kommt es nur auf den früheren Besitz als solchen an und nicht, ob man ein besseres oder schlechteres Recht zum Besitz hat. Deswegen spricht man bei den Ansprüchen aus § 861, 62 von einem possessorischen Besitzschutzanspruch von possessio, lateinisch, für Besitz. Da kommt es also allein auf den früheren Besitz und nicht darauf an, ob dieser besser oder schlechter ist als der des aktuellen Besitzers. Bei 1007 brauchen wir immer ein besseres Besitzrecht. Und § 1007 Absatz 1 sagt, wer eine bewegliche Sache im Besitz gehabt hat, also deren früherer Besitzer war, kann von dem aktuellen Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen, wenn dieser bei dem Erwerb des Besitzers nicht in gutem Glauben war. Also der bösgläubig erlangte Besitz, der ist schlechter als der frühere Besitz des ehemaligen Besitzers und deswegen kann in dieser Konstellation die Herausgabe verlangt werden, wenn der Besitz bösgläubig erlangt worden ist. Ursprünglich war der S der Anspruchsteller, Besitzer sowohl von Sattelzug als auch Fahrzeugbrief. Der G, der Anspruchsgegner, ist jetziger Besitzer und der hat, wie wir gesehen haben, kein Recht zum Besitz. Und die entscheidende Frage ist nun, war der G beim Besitzerwerb bösgläubig? Die Gutbösgläubigkeit muss sich hier auf das fehlende Besitzrecht beziehen. Hier geht es ja gerade nicht um den Eigentumserwerb, sondern hier geht es um den bloßen Besitzerwerb und die Gutgläubigkeit muss sich dementsprechend auf das fehlende Besitzrecht beziehen. Maßstab für die Bösgutgläubigkeit ist wie der 932 Absatz 2 BGB. Das heißt also, es schadet die positive Kenntnis des fehlenden Besitzrechts und es schadet aber auch die grobfreiläßige Unkenntnis des fehlenden Besitzrechts. Ja, die Frage ist, haben wir auf Seiten des G zumindest eine grobfreiläßige Unkenntnis des fehlenden Besitzrechts? Wie gesagt, Maßstab ist 932, Kenntnis oder grobfreiläßige Unkenntnis des fehlenden Besitzrechts? Und hier in unserem Fall haben wir schon zu Frage 1 gesehen, dass es da doch viele, viele Ungereimtheiten aus der Perspektive des G gab. Das begann also damit, dass das Telefax, das ihm übersandt worden ist mit der Rechnung, dass dort verschiedene Schreibfehler zu finden waren. Der Kaufpreis war auffallend niedrig, der G ist Geschäftsmann und muss dementsprechend bei solchen Merkwürdigkeiten besonders viel Aufmerksamkeit der Sache schenken. Und wenn man das alles zusammennimmt, wird man wohl von grober Freiläßigkeit des G in Bezug auf das in Wahrheit fehlende Besitzrecht des U bei der Veräußerung oder bei der Übertragung des Besitzes genauer gesagt, ausgehen müssen. Also wir haben doch hier sehr viele Anhaltspunkte dafür, dass grobe Freiläßigkeit auch Seiten des G gegeben ist. Das heißt, wir haben eine Bösgläubigkeit des G und wir haben schon gesehen, der G hat kein Recht zum Besitz. Da verweist der 1007 Absatz 1 auf die 986. Also daran sieht man, dass es eben auf das bessere Recht zum Besitz sozusagen ankommt. Wenn der jetzige Besitzer ein Recht zum Besitz hat, dann muss er nicht herausgeben. Hier aber kein Recht zum Besitz des G und aufgrund seiner Bösgläubigkeit muss er nach 1007 Absatz 1 ebenfalls herausgeben. Also ein zweiter konkurrierender Herausgabeanspruch. Ja, wie schon erwähnt, § 1007 ist nicht eine einheitliche Anspruchsgrundlage, sondern wir haben im 1007 mehrere Anspruchsgrundlagen und eine weitere ist eben der 1007 Absatz 2, der ebenfalls hier in Betracht kommt. § 1007 Absatz 2 sagt, ist die Sache dem früheren Besitzer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhandengekommen. Das bedeutet also unfreiwilliger Verlust des unmittelbaren Besitzes. So kann er die Herausgabe auch von einem gutgläubigen Besitzer verlangen, es sei denn, dass dieser Eigentümer der Sache ist oder die Sache ihm vor der Besitzzeit des früheren Besitzers abhandengekommen war. Auch hier sehen Sie wieder, es kommt auf das bessere Besitzrecht an und ein besseres Besitzrecht hat der frühere Besitzer dann, wenn ihm die Sache abhandengekommen ist, das ist der Oberbegriff, also unfreiwilliger Besitzverlust, es sei denn, dass der andere, der jetzige Besitzer Eigentümer ist oder ihm selbst die Sache früher abhandengekommen ist. Hier kommt es also auf das Abhandengekommen ganz zentral an. Also wir haben hier wieder einen früheren Besitz des S als Anspruchsteller, wir haben einen jetzigen Besitzer, einen aktuellen Besitz des G als Anspruchsgegner. Die entscheidende Frage ist, haben wir auf Seiten des früheren Besitzers S ein Abhandengekommen? Das bedeutet, § 935 Absatz 1 BGB, der unfreiwillige Verlust des unmittelbaren Besitzes. Der S hat allerdings hier die Fahrzeugschlüssel dem U ausgehändigt. Das allein kann man allerdings nicht als Besitzverlust ansehen, sondern das Ganze sollte ja Besichtigungszwecken dienen. Der S ging davon aus, dass das nur für Zwecke der Besichtigung war. Das heißt also, wir haben hier keine vollständige Aufgabe des Besitzes an dem Sattelzug und dem Zubehör. Und den Fahrzeugbrief, den hat der U sich eigenmächtig verschafft, weil er dort auf dem Tisch lag. Das heißt also, wir haben hier keinen freiwilligen Besitzverlust, sondern einen unfreiwilligen Besitzverlust, auch wenn auf den ersten Blick hier eine Aushändigung stattgefunden hat. Die dient ja aber, wie gesagt, nach der eindeutigen Abrede zwischen den Beteiligten nur der Besichtigung und nicht der Mitnahme des Sattelzuges. Also kein freiwilliger, sondern ein unfreiwilliger Besitzverlust. Man konnte hier noch erwägen, ob man gewissermaßen die freiwillige Besitzaufgabe durch den U gegenüber dem G, der U hat ja alles dann tatsächlich freiwillig dem G ausgehändigt, ob man das möglicherweise dem S zurechnen lassen muss, in entsprechender Anwendung der Grundsätze bei Gewahrsamsaufgabe durch einen Besitzdiener. Wenn ein Besitzdiener den Gewahrsam aufgibt, dann muss sich der Besitzherr das zurechnen lassen. Dann haben wir also einen freiwilligen Besitzverlust. Hier in unserem Fall, das aber nur, wenn der Besitzdiener tatsächlich als unmittelbarer Besitzer erscheint und wir auch Gutgläubigkeit auf Seiten des Besitzerwerbers haben. Da haben wir aber schon festgestellt, der G hatte grobe Fahrlässigkeit zumindest, war also nicht gut, glaube ich, sodass man über diese Erwägung wohl nicht zu einer Zurechnung der freiwilligen Besitzaufgabe durch den U an den S kommt, sodass es also bei dem Ergebnis bleibt, dass wir einen unfreiwilligen Besitzverlust auf Seiten des S und damit ein Abhandenkommen auf Seiten des S haben. Damit also auch aus Paragraf 1007 Absatz 2 Satz 1 ein Herausgabeanspruch, ein weiterer Herausgabeanspruch. Dann kam weiter noch in Betracht ein Anspruch aus Paragraf 861 BGB, den ich eben schon erwähnte. Das sind die sogenannten possessorischen Besitzschutzansprüche. Possessorisch deswegen Possessio, Besitz, lateinisch, weil es da nicht auf ein besseres Besitzrecht ankommt, sondern da kommt es allein auf den früheren Besitz an. Insofern also hat der 861 weniger hohe Anforderungen als der Paragraf 1007. Auch an 861 war hier zu denken, Paragraf 861 BGB, ein Herausgabeanspruch des früheren Besitzers. 861 BGB sagt, wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht dem Besitzer entzogen. So kann dieser die Wiedereinräumung des Besitzes von demjenigen verlangen, welche ihm gegenüber fehlerhaft besitzt. Dieser letzte Teil, der wird häufig übersehen. Also allein, dass der Besitzverlust durch verbotene Eigenmacht reicht nicht aus, um den Anspruch aus 861 zu begründen, sondern es muss hinzukommen, dass gerade der Anspruchsgegner fehlerhaft gegenüber dem früheren Besitzer besitzt. Der 861 spricht von verbotener Eigenmacht, von fehlerhaftem Besitz. Für beides finden Sie eine Legaldefinition in dem 858 BGB. 858 Absatz 1. Wer den Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn den Besitz stört, handelt, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder Störung gestattet, wie der rechtlichen Klammern verbotene Eigenmacht. Die Besitzentziehung also ohne Willen des Besitzers ist verbotene Eigenmacht, es sei denn, wir haben irgendeinen Rechtfertigungstatbestand. Und 858 Absatz 2 regelt den fehlerhaften Besitz, auf den es ja in 861 auch ankommt. Der durch verbotene Eigenmacht unmittelbar erlangte Besitz ist fehlerhaft, also fehlerhaft Besitz jedenfalls der, der selbst verbotene Eigenmacht geübt hat. Satz 2. Die Fehlerhaftigkeit muss der Nachfolger im Besitz gegen sich gelten lassen, wenn er Erbe des Besitzers ist oder die Fehlerhaftigkeit des Besitzers seines Vorgängers bei dem Erwerb kennt. Also derjenige, der nicht selbst die verbotene Eigenmacht geübt hat, der besitzt nur dann fehlerhaft gegenüber dem früheren Besitzer, wenn er entweder Erbe ist oder aber die Fehlerhaftigkeit des Besitzers seines Vorgängers kennt positive Kenntnis, also vom fehlerhaften Besitz des Vorgängers. So, jetzt die Frage, liegen diese Voraussetzungen hier in unserem Fall vor? Besitzentziehung durch verbotene Eigenmacht muss zunächst einmal bei es stattgefunden haben. Und hier in unserem Fall haben wir ja schon im Rahmen des 1007 Absatz 2 Satz 1 gesagt, wir haben hier ein Abhandenkommen und damit haben wir einen unfreiwilligen Besitzverlust. Wir haben eine Besitzentziehung ohne den Willen des S, ohne dass es irgendeinen Rechtfertigungsgrund gäbe. Dementsprechend also haben wir gegenüber S verbotene Eigenmacht. Besitzentziehung durch verbotene Eigenmacht. Der S als Anspruchsteller war auch früherer Besitzer und der Anspruchsgegner, der G, ist aktueller Besitzer. Die Frage ist nur, besitzt der G fehlerhaft? Und da kommt es nun auf den 858 Absatz 2 an, den wir gerade gesehen haben. Der G hat die verbotene Eigenmacht am Sattelzug selbst begangen. Insoweit also haben wir einen fehlerhaften Besitz des G, denn der G ist ja mit dem Sattelzug davon gefahren, ohne dass es ein Einverständnis ist, es gab. Insoweit also bezüglich des Sattelzugs, da haben wir eine eigene verbotene Eigenmacht des G und damit ohne weiteres nach 858 Absatz 2 Satz 1 fehlerhaften Besitz. Wie sieht das am Fahrzeugbrief aus? Den hat der G ja von dem U ausgehändigt bekommen und der U hat seinerseits sich des auf dem Tisch liegenden Fahrzeugbriefes bemächtigt. Das heißt, wir haben hier eine verbotene Eigenmacht zunächst einmal nur das U und nicht das G selbst bezüglich des Fahrzeugbriefs, des Fahrzeugbriefs muss das hier heißen. Der G würde also in Bezug auf den Fahrzeugbrief nur dann fehlerhaft besitzen im Sinne des 858 Absatz 2 Satz 2, wenn er Kenntnis von der verbotenen Eigenmacht des U hatte und davon kann man hier nicht ausgehen. Grobfreilessige Unkenntnis wohl ja, nicht aber positive Kenntnis der verbotenen Eigenmacht des U und dementsprechend haben wir hier sozusagen eine Zweiteilung. Wir haben fehlerhaften Besitz zwar am Sattelzug, aber wir haben keinen fehlerhaften Besitz des G bezüglich des Fahrzeugbriefs, weil nämlich bezüglich des Fahrzeugbriefs nicht der G selbst, sondern der U die verbotene Eigenmacht begangen hat durch das in Besitz nehmen des auf dem Tisch liegenden Fahrzeugbriefs und wir haben keine positive Kenntnis des G von dieser verbotenen Eigenmacht des U, dementsprechend also kein fehlerhafter Besitz im Sinne des 858 Absatz 2 Satz 2 bezüglich des Fahrzeugbriefs. Nach 861 kann dementsprechend nur die Herausgabe des Sattelzugs nicht aber des Fahrzeugbriefs verlangt werden. Des Weiteren konnte man hier denken an 823 Absatz 1 in Verbindung mit 249 Absatz 1, also Naturale Institution. Wir haben hier eine Rechtsverletzung und zwar durch den Eingriff in den berechtigten Besitz des S. Der S war nicht Eigentümer des Sattelzugs- und Fahrzeugbriefs, aber er war aufgrund des Leasingvertrages berechtigter Besitzer und auch der rechtmäßige Besitz ist ein sonstiges Recht im Sinne des 823 Absatz 1. Sonstige Rechte sind hier nur absolute Rechte, aber auch der rechtmäßige Besitz ist, wie wir gesehen haben, durch Art 61, durch 1007 absolut gegenüber jedermann geschützt, also auch der rechtmäßige Besitz ein sonstiges absolutes Recht im Sinne des 823 Absatz 1. Beim unrechtmäßigen Besitz umstritten, hier haben wir aber aufgrund des Leasingvertrages rechtmäßigen Besitz und das ist unstreitig ein sonstiges absolutes Recht im Sinne des 823 Absatz 1. In diesem rechtmäßigen Besitz ist durch die Entziehung des Besitzes sowohl ein Sattelzug als auch Fahrzeugbrief eingegriffen worden, das heißt, insofern haben wir eine Rechtsverletzung in Gestalt eben dieser Entziehungshandlung des G. Und das Ganze müsste nun auch schuldhaft sein, rechtswidrig und schuldhaft, Rechtswidrigkeit unproblematisch gegeben. Wir haben ja keinen Rechtfertigungsgrund und bei Verschulden haben wir ja schon gesagt, dem G musste das Ganze etwas komisch vorkommen, dass es also eine Berechtigung des U gab, das heißt, er hatte Anhaltspunkte, dass ein anderer, der S berechtigt sein könnte, dementsprechend also Fahrlässigkeit in Bezug auf diese Verletzung des berechtigten Besitzes des S und dementsprechend haben wir hier auch einen Anspruch aus 823 Absatz 1 auf Schadensersatz und wie ist der Schadensersatz zu leisten in den Fällen, in denen eine Sache entzogen wird. Man muss diese Sache zurückgeben, § 249 Absatz 1, also eine Naturalrestitution durch Herausgabe der entzogenen Sache, also auch über den 823 Absatz 1 in Verbindung mit 249 Absatz 1 kann hier die Herausgabe von Sattelzug und Fahrzeugbrief verlangt werden. Des Weiteren war noch zu denken an 823 Absatz 2, Verletzung eines Schutzgesetzes in Verbindung mit 858 Absatz 1 BGB. 858 Absatz 1 BGB ist vom BGH in ständiger Rechtsprechung als Schutzgesetz im Sinne des 823 Absatz 2 BGB anerkannt und dieses Schutzgesetz ist nun durch den G schuldhaft verletzt worden, indem er dem S, den Besitz an Sattelzug und Fahrzeugbrief entzogen hat. Man konnte hier allerdings wieder durchaus diese Zweiteilung vornehmen, weil wir hier eine verbotene Eigenmacht des G selbst nur in Bezug auf den Sattelzug haben, wohingegen beim Fahrzeugbrief wir eine vorausgegangene verbotene Eigenmacht des U haben. Das heißt, auch hier war es durchaus vertretbar, diese Zweiteilung wieder vorzunehmen, also verbotene Eigenmacht nur bezüglich des Sattelzugs, nicht dagegen bezüglich des Fahrzeugbriefs, weil wir da nur eine verbotene Eigenmacht des U haben. Das konnte man hier also durchaus so sehen. Jedenfalls bezüglich des Fahrzeugs selbst haben wir den Anspruch aus 823.2 in Verbindung mit 858 Absatz 1 als Schutzgesetz und auch hier wieder die Naturallrestitution, das heißt also die Herausgabe jedenfalls des Sattelzugs beim Fahrzeugbrief, da war es vertretbar meines Erachtens, diese Zweiteilung zu machen, wie wir sie auch bei 861 gemacht haben. Ja, und zuletzt noch ein Anspruch auf Herausgabe unter dem Gesichtspunkt des Bereicherungsrechts. Wir haben hier in Gestalt des Besitzerwerbs an Sattelzug und Fahrzeugbrief die Erlangung eines etwas, eines Vermögenswertes auf Seiten des G. Das ist nicht durch Leistung des S geschehen, sondern in sonstiger Weise auf Kosten des S, der ja berechtigt der Besitzer beider Sachen war. Und das Ganze hat ohne Rechtsgrund stattgefunden. Wie wir gesehen haben, fehlt es ja auf Seiten des G an einem dinglichen oder obligatorischen Recht an Sattelzug und Fahrzeugbrief mit der Folge, dass auch nach § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 muss, das hier unten heißt, also nicht 1, sondern 2, die Herausgabe von Sattelzug und Fahrzeugbrief verlangt werden kann. Also bei Frage 2, da war die Schwierigkeit vor allen Dingen, dass Sie diese verschiedenen insgesamt sieben Herausgabeansprüche gesehen und geprüft haben. das gilt generell in solchen Herausgabekonstellationen, da dürfen Sie sich also nicht auf die § 985 beschränken, sondern müssen sich überlegen, was sonst kommt noch in Betracht, § 1007, § 861, § 812, § 823, wie wir das hier gemacht haben. Ja, wie bereits gesagt, dieser Sachverhalt ist nachgebildet, dem Original-Sachverhalt einer Entscheidung des ORG Hamm zu finden, hier unter dieser Fundstelle in Beck Online. Darüber hinaus finden Sie in der JA, das werde ich Ihnen auch über Frau Momsen dann zukommen lassen, einen Beitrag von mir, also eine Klausurlösung von mir in der JA. Sie bekommen aber natürlich diese Folien, Sie bekommen die Lösungshinweise und die handelsrechtlichen Aspekte, die wir besprochen haben, können Sie in meinem Lehrbuch zum Handelsrecht, das natürlich im Seminar verfügbar ist, noch einmal nachlesen. Ja, gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Ja, Ja, wenn das nicht der Fall ist, würde ich dann an dieser Stelle die Besprechung beenden. Danke Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen jetzt weiter viel Erfolg bei der Examsvorbereitung und dann natürlich auch beim Examen und darf mich dann an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.